hallo mein name ist martin koswig ich bin fotograf und ich werde euch heute das thema color management näher bringen wir sind dafür bei mir im studio wir werden einen kompletten workflow durcharbeiten vom shooting über die bildauswahl bildbearbeitung bis zum druck sehr wichtig für einen kompletten workflow egal ob im studio oder bei euch zu hause ist das schon mal die kamera farbneutrale bilder ausgibt da habe ich eine möglichkeit diese die sehr gut funktioniert das ist die graukarte es gibt aber noch eine weitere möglichkeit und das werde ich euch nachher im studio zeigen zweites thema was immer wieder genannt wird um eine kamera farbneutral zu bekommen ist die kalibrierung die profilierung der kamera die kamera selbst lässt sich natürlich nicht kalibrieren aber ich habe die möglichkeit in der farbjustage der kamera zu arbeiten dafür benutze ich einen so genannten spider checker der spider checker macht in verbindung mit der eigenen datacolor software einen kompletten abgleich des farbspektrums der kamera also nicht nur ein weiß abgleich sondern korrigiert alle einzelnen farben sehr wichtig in der anwendung mit dem spider checker in lightroom ist dass man auf dem checker ein weiß abgleich durchführt mit hilfe der pipette auf dem entsprechenden weiß abgleich grau fällt auf der farbkarte des weiteren achtet man noch auf die helligkeit von schwarz und weiß das zeige ich euch nachher im studio so unser fotografierten zweiter checker den haben wir nun in lightroom und nach leitung ein importiert zunächst gehe ich in diesen checker in das feld e2 und mache einen weiß abgleich das ist sehr wichtig da alle bilder die nun mit diesem profil daher bearbeitet werden auch ein weiß abgleich brauchen das weiß das sollte so um die 90 prozent liegen wir sehen hier das liegt bei 77,5 es ist ein ticken unterbelichtet hier im schwarz sollten wir so zwischen 6 und 8 prozent liegen da liegen wir bei 5,5 das heißt ich ziehe die belichtung jetzt ein bisschen hoch vergleichen die werte 6,3 83 ist noch etwas wenig da das ja wirklich 100 prozent weiß sein soll nun können wir mithilfe innerhalb lightrooms mit hilfe des weiter checker programms ein komplettes profil erstellen was wir als preset in die preset vorgabe von leitung speichern können dafür gehen wir in den unterordner foto und sagen bearbeiten in das kennen wir auch von photoshop in dem fall sagen wir mit zwei der checker bearbeiten wir nehmen die ersten den ersten vorschlag kopie mit lightroom anpassung bearbeiten so die kleinen farbfelder die mir vorgeschlagen werden die sollen deckend auf dem bild platziert sein jetzt habe ich im grunde genommen nur zwei abfragen das eine ist der modus hier habe ich drei unterschiedliche einstellungen sättigung kolorimetrisch und porträt ich bleibe jetzt im kolorimetrischen bereich neutral übrigens nutze ich diese einstellung auch für meine porträts des weiteren kann ich dieses profil beziehungsweise es ist ein preset das ist ein lightroom preset was nun erstellt wird nicht nur für lightroom speichern sondern auch für acr und für das programm focus in dem fall nehme ich das nun für lightroom und ok so er hat nun ein preset in meine lightroom presets gespeichert dieses preset korrigiert nun die farben auf absolut farbneutrale werte ich muss leitung und neu starten weil dieses neue preset erst berücksichtigt wird wenn ich ein neustart vollzogen habe dafür sage ich hier beenden und starte lightroom neu wir können folgendes feststellen nämlich wenn ich in die presets gehe in benutzer vorgaben dann habe ich hier den checker 3 mit drin checker 3 jetzt wenden wir das gleich mal auf unsere porträts an und nun habe ich die möglichkeit einfach auf dieses bild checker 3 preset anzuwählen und nun habe ich hier alle farben korrigiert aus der messung mit dem spider checker und dieses bild hat nun nicht nur ein weißer gleich erlebt sondern ist komplett farblich neutral und nun kann ich x beliebig viele bilder aus dem shooting markieren und das ganze synchronisieren und nun sind alle bilder aus diesem shooting farblich korrekt neutral wo liegt der vorteil des beider checks in der praxis wir sagen dazu auch fehlsichtigkeit es ist eine eine art farbfehlsichtigkeit der kamera die durch den zweiter checker korrigiert werden kann zum beispiel können auch farben wie haut töne auch grüntöne von der kamera falsch interpretiert werden auch diese bekomme ich komplett mit dem spider checker korrigiert der spider check ist in der lage beides zu tun graukarte zu ersetzen und die farbkorrektur durchzuführen das heißt haut töne und andere farbtöne können definitiv damit korrigiert werden der spider checker ist auch sehr sehr interessant und sehr wichtig für landschafts- und pflanzenfotografie grüntöne und blütenaufnahmen bekommt man sehr sehr gut damit in den griff letztendlich ist es für mich auch sehr wichtig da ich mit mehreren kameras arbeite alle kameras auf ein gleiches farbniveau zu bekommen sprich dass alle kameras farbneutral und gleich arbeiten